Hi! Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch haltelose Strümpfe und Strümpfhosen von der Firma Calcedonia. Das erste Outfit habe ich schon an und zwar mit Strümpfhosen. Und damit ihr das besser seht, dann komme ich ein bisschen vor. Hat ein Netzmuster, ist richtig schön. Und? Gefällt euch das? Und ja, jetzt zeige ich euch die haltelosen Strümpfe zu diesem Outfit. Jetzt trage ich die haltelosen und zwar mit Pünktchen. Ich kenne es bisher nur als Strümpfhose, aber als haltelose habe ich es noch nicht gesehen. Und ja, bei Calcedonia habe ich es gefunden. Die fühlen sich richtig gut an. Man spürt auch jeden Punkt, haben einen schmalen Abschluss. Aber ich komme mal vor. Und was sagt ihr? Und als nächstes ziehe ich haltelose und zwar in Netz. Das ist mein zweites Outfit und zwar mit haltelosen Strümpfen im Netz. Sie haben ein schmales Bündchen. Und ja, ihr kennt das Netzstrümpfhose, kennt wahrscheinlich jeder von euch, aber als haltlose habe ich sie auch noch nicht gehabt. Das ist auch eine Premiere für mich. Und ja, ich komme einfach auf euch zu und zeige euch das. Und ich ziehe jetzt noch die anderen Schuhe dazu an. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Jetzt trage ich die offenen Schuhe. Was sagt ihr? Die geschlossenen Schuhe zu dem Outfit oder lieber die offenen? Und als nächstes zu diesem Outfit ziehe ich die Strümpfhose und zwar in Schwarz. Tada! Das letzte Outfit und zwar mit einer Strümpfhose. Die Strümpfhose hat lauter kleine Löcher, ist wie die erste nahtlos. Weder vorne eine Naht, hinten keine Naht, nur ein dünnes Bündchen. Ja, ich finde sie ganz toll. Was sagt ihr? Wie gefallen euch meine Outfits? Das war's für heute. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert und wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Da unten ist ein Link. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald!